Nach zwei Jahren war es wieder soweit. Die vierte Drei-Dörfer-Bier-und-Backes-Schlemmer-Tour 2022 fand endlich wieder statt. Drei Dörfer, ein Gedanke. Den Besuchern einen schönen Sonntag anbieten, mit gutem Essen, Unterhaltung und guter Stimmung. Um 9 Uhr gab es an allen Stationen ein Wanderfrühstück. Anschließend ging es für die Wanderer auf eine über 10 Kilometer lange Rundwanderstrecke zwischen den Ortschaften Niederkostens, Oberkostens und Schwarzen. Der Spätsommertag war für diese Wanderstrecke mit knapp 22 Grad nahezu perfekt ausgewählt. Selbstverständlich gab es wieder leckeres, selbstgemachtes Backesbrot, Schales mit Apfelmus, selbstgemachte Pizza, Kaffee, Kuchen und vieles mehr. Ich wollte von Pascal Schäfer wissen, wann fangt ihr denn mit der Planung der Drei-Dörfer-Bier-und-Backes-Schlemmer-Tour eigentlich an? Das fängt schon relativ früh an. Also Anfang des Jahres sind wir dann schon dran mit der Entscheidung, wir wollen immer so um die 10 Kilometer. Das ist, denke ich, ganz gut mit vier Stationen machbar. Dann hat man so zweieinhalb Kilometer zwischen den Stationen. Gucken das dann über ein GIS-System, dass wir das alles ausmessen. Und dann jetzt letztes Wochenende, am Sonntag, haben wir uns mit einem Organisationsteam getroffen, sind die Strecke einmal abgewandert und haben dann die Schilder aufgestellt. Wir haben jetzt schon von einigen gehört, hier gibt es nur Kirner. Warum nur Kirner? Wir wollen die Regionalität hervorheben. Wir haben mit der Kirner Brauerei, die unterstützt uns auch ein bisschen hierbei. Und die breite Palette, die die Kirner mittlerweile anbietet, ist ja doch nicht zu unterschätzen. Wir haben jetzt heute 14 verschiedene Sorten Bier. Das ist, denke ich, schon ganz gut für so ein Fest. Man konnte die Strecke aber nicht nur bewandern, sondern auch befahren. Und zwar mit dem Fahrrad. Wie dieser Mann hier. Wie fahren die Tour mit dem Fahrrad da rum? Richtig, weil ich lungekrank bin und das nicht mehr zu Fuß gehen kann. Aber mit dem Fahrrad, das klappt wunderbar. Jetzt fahren wir nochmal Kostenz, Oberkostenz, dann Niederkostenz und dann fahren wir heim, weil das Engelchen noch Geburtstag hat. Und für die Wanderer, die unterwegs Durst bekommen haben, die wurden natürlich nicht auf der Strecke zurückgelassen. Nein, die wurden versorgt mit einem tollen Service. Mit einem Vor-Ort-Service, kann man sagen. Bulldog plus Kühlschrank ist gleich Versorgung. Und damit auch die letzten Schleckermolch noch etwas Leckeres abbekamen, gab es in Oberkostenz am Sportplatz noch einen leckeren Hahn, der ein wirklich tolles Leben in Kappel hatte. Also auch nach einer kurzen gezwungenen Pause, konnte man sagen, wie immer, schwer gelungen. Und bis zum nächsten Mal. Prost! Prost!